Heute ist Deadline Day und wir wissen, der Deadline Day ist für alle Sportdirektoren und vor allem für Freddy Bobic ein sehr kräftezehrender Tag. Aber vor knapp 5 Minuten hat Freddy Bobic bei Sky bestätigt, dass es bei Hertha BSC keine weiteren Transferbewegungen mehr geben wird. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Ich würde sagen, wir verledigen zu viel Zeit und gehen sofort auf die fixen Transfers ein, die bereits schon offiziell verkündet worden sind und sprechen zunächst über unsere ehemalige Nummer 9 und zwar über Christoph Piontek. Denn Christoph Piontek zieht jetzt zurück in die italienische Liga und zwar zum bereits gestern angekündigten Verein US Salernitana. Dort wird er ein Jahr auf Laiebasis spielen und ich glaube für uns ist das tatsächlich der beste Deal, den wir aus dieser Situation rausschlagen konnten. Und denn die Konditionen der Laie haben sich jetzt von gestern zu heute ein bisschen geändert. Dort gibt es momentan eine etwas angepasste Informationslage und zwar soll Hertha BSC für die Laie keine weiteren Gehaltskosten mehr bezahlen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine recht gute Alternative für uns. Wir wissen, Christoph Piontek bezieht bei uns Topverdienergehalt. Er verdient 4,5 Millionen Euro, mit Boni wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr und das können wir uns einfach auf Dauer nicht leisten. Der ist eine Laie, wo wir keine Gehaltskosten übernehmen, tatsächlich das Beste. Christoph Piontek spielt bei uns sportlich momentan überhaupt keine Rolle mehr. Sandro Schwarz hat ihn lediglich ein einziges Saisonspiel überhaupt berücksichtigt und das war das Pokalspiel gegen Braunschweig. Vorher spielte, beziehungsweise vorher und nachher spielte Piontek keine Rolle bei Hertha BSC und das zeigt schon etwa, wie seine Kaderplatzierung ungefähr aussieht. Und im Zusatz kriegen wir für ihn auch noch eine Leihgebühr von rund 1 Millionen Euro und kriegen sogar zusätzlich noch ein paar leichte Einnahmen, die uns natürlich auch noch weiterhin helfen. Und darüber hinaus müssen wir festhalten, dass sich der italienische Klub auch noch eine Kaufoption gesichert haben soll. Diese Kaufoption soll zwischen 9 und 10 Millionen Euro liegen und ich glaube, das ist ja fast schon ideal für uns. Für uns gibt es tatsächlich hier an diesem Transfer nichts zu meckern, denn es war klar, der Markt von Christoph Piontek ist wahnsinnig dünn. Und da gibt es nur einzelne Vereine, die Interesse an einer Laie haben. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, tatsächlich das Beste aus dieser Laie herausgeholt. Im Worst-Case-Szenario kehrt Christoph Piontek in einem Jahr hierher wieder zurück. Dafür haben wir aber ein ganzes Jahr lang sein Gehalt nicht bezahlt und haben damit auch viele Millionen Euro gespart. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt in dem Szenario wird Saladinala in einem Jahr die Kaufoption ziehen. Und damit nehmen wir weitere 10 Millionen Euro ein und machen den finanziellen Schaden wenigstens halbwegs dicht. Und im besten Szenario zerschießt Christoph Piontek das, was er eigentlich am besten kann. Die komplette Serie A und kehrt im einen Jahr hierher wieder zurück und es gibt ein gesamtes Wettbieten. Ich glaube, so oder so dürfte man sich bei dieser Laie nicht beschweren. Es kann hier durchaus sehr, sehr gute Szenarien geben, womit wir jede Menge Geld einnehmen könnten. Auf jeden Fall wünsche ich Christoph Piontek in Italien alles, alles Gute. Hoffe, dass er dort anfängt, mal wieder die Liga zu schießen. Denn genau das muss er wieder zeigen. Ich wünsche ihm möglichst viele Tore und hoffe, dass Saladinala dann am Ende dieser Laie auch die Kaufoption zieht. So, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da. Und jetzt gehen wir auch schon auf die zweite fixe Transfer-News rund um Hertha BSC. Und das ist auch die letzte Transfer-News des Tages. Und zwar geht es um Luca Wollschläger. Luca Wollschläger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis in die dritte Liga zu Rot-Weiß-Essen. Genau das hatte ich gestern auch schon bereits thematisiert. Und jetzt ist der Transfer offiziell. Luca Wollschläger sammelt einiges an Spielpraxis in Essen. Und ich glaube, das ist genau das, was er braucht. Für ein junges Talent seines Alters, er ist jetzt 18, 19 Jahre alt, ist Spielpraxis das Wichtige. Und in der dritten Liga bei Rot-Weiß-Essen sammelt er Spielpraxis auf sehr, sehr hohem Niveau. Und kann dort tatsächlich sowohl technisch als auch menschlich die nächsten Schritte gehen. Ich wünsche ihm viel Glück in Essen und hoffe, dass er hier in einem Jahr gestärkt zurückkommt. Hertha BSC hat das auch nochmal bestätigt. Es gibt keine Kaufoption. Und ich kann mir vorstellen, sollte er dort funktionieren, kann er bei Hertha BSC langfristig im Profikader eine Rolle spielen. Denn sein Stürmertyp ist durchaus ein Stürmertyp, den wir bei uns im Kader bei einer momentanen Taktik gebrauchen könnten. Soviel erstmal zu den Transfer-News. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass die Transferphase für Hertha BSC beendet ist. Wir haben uns einige Spieler verpflichtet, wir haben einige Spiele abgegeben. Friedi Bobic hat es bestätigt, es gab bei Hertha BSC 30 Kaderbewegungen im Kader. Und das ist schon sehr, sehr brutal für unseren Kader, der jetzt komplett auf Kopf gestellt wurde. Das heißt aber auch, dass wir in einer Sache leer ausgehen. Wie bereits gestern die Likip berichtet hatte, hat Hertha BSC enormes Interesse daran, Ludovic Ajok zu verpflichten. Wir haben gestern Abend alles probiert, um ihn zu verpflichten. Wir haben nochmal einiges an Geld hingeblättert, hatten nochmal ein verbessertes Angebot abgegeben. Und leider konnten wir uns nicht mit RSC Straßburg einigen und das ist sehr, sehr schade. Ludovic Ajok wäre ein Spieler gewesen, der nochmal unseren kompletten Sturm komplementiert hätte. Er ist ein Stürmer, der nochmal ein etwas anderer Stürmertyp ist wie Wilfried Kanga. Und der vor allem bei Straßburg sehr gut funktioniert hat. In der vergangenen Saison hat Ajok für Straßburg 20 Scorepunkte erzielt. Und genau so einen Stürmer bräuchten wir eigentlich. Einen Stürmer, der tatsächlich ein Tor gerannt ist. Denn momentan habe ich bei unseren Stürmern das Gefühl, dass keiner so richtig in der Lage ist, mehr als 5 Tore in der Saison zu erzielen. Kanga ist leider noch nicht ganz bei Hertha BSC angekommen. Mit Selke haben wir einen Stürmer, dem ich auf jeden Fall nicht die 5 Tore zutraue, weil er einfach qualitativ zu schwach ist. Piontek ist gewechselt, Jovtic wirkt momentan eher wie ein Chancentod anstatt wie ein Tore gerannt. Und ja, in Gangkamm weiß man nicht, worauf man sich ganz verlassen kann. Ich finde, wir hätten mit Ajok auf jeden Fall nichts falsch gemacht, weil wir haben heute 2 Stürmer abgegeben. Und ich finde, wir haben wenigstens eine minimale Lücke im Sturm. Aber trotzdem kann man, wie ich finde, die Transferphase nicht ganz schlecht finden. Wir haben einige Spieler verpflichtet. Wir haben Ajokje verpflichtet und Lüke Bakio ist zurückgekehrt. Das ist eine Flügezange, die ich, wie ich finde, sogar schon fast als Top 10 der Liga einschätzen würde, weil sie verdammt temporeich ist. Wir haben Tempo in der Offensive. Mit Kanga haben wir einen Stürmer, der durchaus in unser System reinpassen kann, wenn er sich an die Bundesliga gesamt angepasst hat. Mit Boetius haben wir einen verdammt starken Offensiv-Mittelfeldspieler ablösefrei verpflichten können. Mit Kenny haben wir die langfristige Baustelle auf der Rechtsverteideposition endlich füllen können. Mit Uremovic und Rogel haben wir zwei Innenverteidiger verpflichtet, die auf der rechten Seite der Innenverteideposition vor allem die Abgänge von Bojata an stark kompensieren können. Und Rogel, der kann durchaus hier tatsächlich auch jede, jede Menge zeigen. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Mit Ivan Sunic haben wir durchaus einen starken Mittelfeldspieler verpflichtet, der anfangs in seiner Zeit bei Burningham und vor allem aber in Kroatien durchaus sein Potenzial ab und zu zeigen konnte. Und dazu haben wir auch noch Spieler, wo wir gar nicht wissen, wie wir sie momentan einschätzen können. Wie spielt ein Nsona? Wie spielt ein Maoli da? Ja, wir wissen es nicht, weil momentan in dieser Saison leider lange Zeit verletzt gewesen und vielleicht kommt von daher auch nochmal Qualität von der Bank. Ich glaube, der Kader ist definitiv besser einzuschätzen als letzte Saison. Wir haben Tempo in der Offensive, wir haben eine fixierte Defensive, wir haben ein kompaktes Mittelfeld. An sich haben wir viele Baustellen gefüllt und trotzdem bleibt halt eben die ein oder andere qualitative Lücke offen. Wie gesagt, im Sturm hätte ich mir gerne noch eine Varianz gewünscht, eine Konkurrenz für Wilfried Kanga, auch wenn ich natürlich auf Jessie in Gangkamp vertraue. Und wir haben vor allem uns billig verstärkt. Wir haben für Rogel knapp 700.000 bis 500.000 Euro ausgegeben. Das ist eigentlich schon fast kostenfrei. Wir haben für Kanga 4 Millionen ausgegeben, wir haben für Ingangkamp 1 Million ausgegeben und sonst nur Spiele abgegeben. Und natürlich Tiag Ernst nicht zu vergessen. Aber ansonsten haben wir tatsächlich viele Spiele abgegeben, konnten uns insgesamt 24 Millionen Euro an Einnahmen sichern und haben am Ende einen Transferüberschuss von 18 Millionen Euro kreieren können. Das hilft unserer finanziellen Lage ungemein und ich glaube, dass die Transferphase gar nicht so schlecht zu bewerten ist. Morgen werde ich dazu natürlich noch einmal eine abschließende Bewertung abgeben mit auch kompletter Punktzahl, mit einer halbwegs großen Analyse. Also scheiße ich da morgen ganz gerne ein, auch möglicherweise mit einem Vergleich zum Vorjahreskader. Und ich glaube, dass man mit diesem Kader in dieser Saison etwas besser arbeiten kann, als mit dem Kader, was wir letzte Saison zur Verfügung hatten. Wir haben uns verstärkt, haben uns eigentlich ja von Abgangskandidaten getrennt, auch wenn natürlich nie so richtig optimal, weil diese ganzen Laien, das ist schon ein verdammter Mist, was wir da haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir insgesamt zufrieden sein können, aber wir müssen die Entwicklung abwarten. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt schon über den Kader urteilen, wenn wir noch gar nicht wissen, wie die Spiele gegen Augsburg in Leverkusen und gegen Mainz ablaufen werden. Das sind die wichtigen Spiele und danach müssen wir ein Urteil fällen. Weil ich habe irgendwie dieses ungute Gefühl, dass sich bis dahin definitiv noch einige defizitären Lücken auftun können. Und dass wir momentan, beziehungsweise dass einige Fans momentan die Transferphase zu gut reden. Wir haben verdammt viel weggeliehen, wir haben unnötig viel Potenzial verschwendet und uns teilweise auf den Positionen nicht breit genug verstärkt. Ich finde, wie gesagt, im ZM und im Sturm fehlt so ein bisschen die breite Qualität und der Konkurrenzkampf. Weil wir müssen zusammenfassen, verletzt sich ein Christensen, ein Kanga oder Suat Serdar bzw. Boetius länger? Denn kicken wir blöd aus der Röhre und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Also, aber natürlich, dazu werde ich morgen noch ein bisschen mehr erzählen. Und momentan, sich die Transferphase, ja, so ein Mittelding an. Es ist halt schwierig. Bobic, unser Zugzwang unter finanziellem Druck, glaube ich, haben wir doch noch teilweise eine gute Endphase kreieren können. Natürlich wäre ein Ajorke-Deal für uns nochmal die Kirche auf der Sauna-Torte gewesen. Und ein Selbke-Abgang hätte uns natürlich finanziell auch nochmal ausgeholfen. Leider kann man nicht alles haben. Fredi Bobic hat auch ganz klar formuliert, dass es einige Schnäppchen zur Verfügung gab. Aber wir wissen ja, am Deadlander gibt es die Schnäppchen nur bei Hertha BSC zu machen. Wir selber machen keine Schnäppchen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber trotzdem blicke ich positiv in die Zukunft und bin erstmal optimistisch. Mal sehen, wie lange. So, an dieser Stelle war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Morgen sehen wir uns, wie gesagt, zu dieser etwas größeren Analyse wieder. Bis dahin, genießt diesen Abend. Hier in der Endcard könnt ihr euch nochmal eine Analyse zum Dortmund-Spiel anschauen. Schaut euch das unbedingt an. Solltet ihr es noch nicht getan haben. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen traumhaften Abend. Wir sehen uns morgen wieder und tschüss.